Noch mehr von denen, ne? Doch da ist noch einer, Tassara Da muss noch ne Höhle sein Autsch! Ich dachte der Zaun wäre ein bisschen fester Wie gut ich das Gift habe Da habe ich die Seite, ne? Oh, das funktioniert also auch noch, wenn ich mal kurz Ah Zweiter Modus ist natürlich Hold, ja, hm Okay Ich wich die Frage, wo ist der Höhlen-Eingang? Oh, vielleicht ist es einfach nur unter dem Ja Hm Da war es unten drunter Ich bin sicher, wo ich da drauf bin Oh, da ist ein Tatsächlich ein Was ist das? Oh Hm Not your farm Not 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 Stop Okay Loach Peace Oh Oh Moment Pasches Okay Gut Nice Will ich jetzt meine Honig? Das war nicht der Plan Das war nicht der Plan Das war der Plan Okay Hm Was sollen wir hier untersuchen? Ich weiß nicht Was Was Ob ich zu freudig war Ob ich nicht Oh Ich meine Aussehen tut es auch schon Ja Definitiv Aber Oh Ich meine gut aussehen tut es auch schon Definitiv 60 Ich meine Ich meine Kann ja Ich meine Base Schlägt halt keiner So schnell Naja, was solls Soviel dazu So, dann wollen wir weiter auf den Lab gucken, da haben wir noch die Richtung, oder was wir da machen. Okay, machen wir einen kleinen Schlenker. Kleinen Schlenker über die versteckten Horte. Nope, da kommt es her, okay. Es sind nur 300 Meter solcher in einem Galopp. Okay. Okay. Jetzt. Dang it. Jetzt brauchst du ein riesiger Tannenzapfen. Okay, okay. Das, was er spuckt, macht mehr Damage, als das, was er mit dem Klauen austeilt. Auch mal was Neues. Hm. Na gut, können wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Guck mal, ich glaube wir haben noch keinen. Ähm. Ne, die hab ich auch. Das sind... Empires. Aber warum hab ich gegen das die gekämpft? Ich bin aber... Oh! Insektuids. Ah, ne, da krieg ich einen neuen Eindruck. Alles klar. Ist kein Insektuid. Kann ich mich nicht umdrehen? Oh, shit. Okay. Okay. So, mal dass die Mistvieh bringt. Gift. Oh, shit. Kann ich auch passen. Kein Nahekämpfer. Oh. Neuer Eintrag. Jetzt könnte ich noch mal kurz gucken. Alchemie. Zum Beispiel. Hier haben wir blaue. Hier haben wir grün. Ne? 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 Gehen wir mal nochmal blau. Ja. Cool. Bombs. Oh, kann ich den Weg ja machen. Da haben wir nicht mehr so viel. Hm. Na ja. Das ist doch eigentlich ganz cool. Ich meine, hätte natürlich besser laufen können an sich, aber ich habe einen neuen Eintrag über die Bieste und das sollte doch schon mal helfen. Ist das eine Stadt, wo ich schon mal war? Nein, war ich noch nicht. So ganz glaube ich das. Von daher... Wenn ich hier einen Wegweiser finden würde, wäre das schon mal... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ah nein. Das war eigentlich der Plan. Ich hab mal wieder zu lange gedrückt. Hoppla. Ah, du voranst nicht. Gut. Gut, 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 gut. Autsch. Das war ein klarer Kopf-up-Moment. Je nachdem. Kopf hoch. Okay, da ist noch einer. Noch etwas. Gehen wir davon aus, dass die Leute, die hier waren... die ganzen Kram nicht mehr brauchen. Ich meine, ich nehme auch sonst immer alles mittlerer. Da kann man zumindest keiner böse sein. Ich fand das interessant, dass die Frage kam, ob wir viel gestohlen hätten. Oh nein. Tatsächlich haben sie irgendwie nix mitgehen lassen. Und dem, was ich so gesehen habe. Oh. Das war ein Köhler. Das war ein Köhler. Oder Köhler. Oder Eisenschmelzer. Nachdem. ich... genau. Kann ich es nicht sagen. Kann ich es nicht sagen. Oh. Haben sie sogar im Schlaf die Leute niedergemacht. Naja. Ich bräuchte mal einen Schmied. Halt nicht. Oh. Oh. Selbstversorgt. Das ist natürlich cool. Muss ich theoretisch ihn nicht versorgen, aber... Naja. Oh. Oh. Das ist verrückte sie mittlerweile kam. Oh. Oh. Das ist wahr. Und, was man im Schlaf ist. Oh. 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 Okay. Okay. Bleib doch einfach ganz gut. Gesehen davon, dass ich jetzt eben zum Schluss eine Treppe eingesteckt hab. Was war das da? Was war das? Was war das? Es ist noch nicht mehr. Oh! Wunderbar! Wollen wir das in der Zwischenzeit auch noch erlegt? Was? 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 Das war doch gar nicht viel. Okay. Vielleicht ist es nicht. Oh! 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 Ja, verdammt. Wow, jetzt spinnt das im Jahr. Laden wird nicht. Jetzt jagen mein Pferd. Na toll. Ähm, ja. Dann beenden wir das hier. Wir sind halt so weit zu machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.